Hausarbeiten. Jeder kennt sie. Der eine mag sie mehr, der andere eher weniger. Und irgendwie stellen sie doch auch so eine ganz eigene Wissenschaft für sich dar. In diesem Video wollen wir uns einmal näher mit dem richtigen Stil von Hausarbeiten beschäftigen, beziehungsweise genauer betrachten, wie man so eine Hausarbeitin eigentlich nicht schreiben sollte. Dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Ich zeige euch vier Fehler, die man häufiger in Hausarbeiten finden kann. Ich habe dafür mit verschiedenen Dozierenden gesprochen, um das eben herauszufinden. Und ihr seht auch in der Videobeschreibung ganz ganz viele Guidelines, die von verschiedenen Universitäten und Hochschulen herausgegeben werden. Jeder hat da so einen gewissen anderen Ansatz, was wichtig ist, was eher nicht wichtig ist. Deshalb gibt es da nicht die ultimative Lösung. Aber ich zeige euch jetzt in diesem Video vier Fehler. die man häufig findet und wie ihr sie doch eigentlich ganz einfach vermeiden könnt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Fehler Nummer 1. Singular und Plural. Gerade wenn man in seinen Hausarbeiten mal etwas längere Sätze schreibt, kann es ja schon mal passieren, dass man noch bei der Singularform des Prädikats bleibt, obwohl hier eigentlich eine Pluralform notwendig wäre. Ich zeige euch mal ein Beispiel, dann wisst ihr, wie ich das meine. Hier. Leuchtet es ein, dass die Errichtung und die Modifikation von Institutionen die Kommunikation erfordert? Der Satz klingt zunächst erstmal richtig, aber er müsste korrekterweise so lauten. Leuchtet es ein, dass die Errichtung und die Modifikation von Institutionen die Kommunikation erfordern? Ja, woran erkenne ich das? Klar, wir sehen, dass sowohl die Errichtung als auch die Modifikation von Institutionen die Kommunikation erfordern. Ganz gut erkennbar ist das hier in dem Beispiel auch an dem Wörtchen UND, welches uns zeigt, dass hier mehrere Dinge aufgezählt werden und damit der Plural notwendig wird. Zweites Beispiel, welches tatsächlich aus meiner eigenen Hausarbeit kommt und das auch nochmal ganz gut verdeutlicht. Hier kommt das Beispiel. Die Ursache dafür ist die fehlende Definition einer passenden analytischen Kategorie und die ungünstige Quellensituation hinsichtlich vorhandener Rezeptionserfahrung. Ich denke, du siehst jetzt selber, dass was hier falsch ist. Ich zähle hier zwei Ursachen auf, schreibe aber nur von einer Ursache. Also schnell überarbeitet und korrigiert. Die Ursachen dafür sind die fehlenden Definitionen einer passenden analytischen Kategorie und die ungünstige Quellensituation hinsichtlich verschiedener Rezeptionserfahrung. Gerade bei längeren Sätzen deshalb nochmal überprüfen. Ist mein Prädikat im Singular? Wenn ja, habe ich wohlmöglich mehrere Dinge in meinem Satz aufgezählt, die es erfordern, dass ich mein Prädikat möglicherweise in ein Plural setzen muss? Oder um die sprachwissenschaftliche Fachvokabularkeule herauszuholen? Es wird gegen das Kohärenzgebot verstoßen. Ja, kommen wir zu Fehler Nummer zwei. Logische Doppelung. Wenn ich an einer Hausarbeit sitze, dann versuche ich natürlich hier und da einmal besonders clever zu klingen und alles logisch in einer Arbeit zu beschreiben. Doch, Vorsicht! Manchmal erschafft man dabei Sätze, die zwar eigentlich ganz schlau klingen, aber alles nur unnötig kompliziert machen und in sich nicht schlüssig sind oder sinnlos sind. Hier mal zwei Beispiele, dann siehst du, was ich meine. Beispiel Nummer eins. Im Theorieteil werde ich meine Untersuchungen mit theoriegebundenen Inhalten untermauern. Oder auch, Den Abschluss bildet ein zusammenfassendes Fazit. Ich glaube, du siehst es schon selber. In beiden Sätzen wird ein vorhandener Gegenstand quasi nochmal mit sich selbst erklärt. Dass in einem Theorieteil auch theoriegebundene Inhalte enthalten sind, sollte jedem klar sein. Und ein Fazit fasst irgendwie auch zusammen. Das ist jetzt nicht die Überraschung, oder? Also, es handelt sich eigentlich bei beiden Beispielen um Füllsätze, die so nicht in deiner Hausarbeit stehen müssten. Deshalb immer nochmal gut den Sinn bzw. die Bedeutung deiner Sätze in deinem Text gegenchecken. Fehler Nummer drei. Unpräziser Ausdruck. Bei diesem Fehler zeigt sich meistens richtig deutlich. Habe ich die Inhalte meiner Hausarbeit verstanden? Weiß ich, mit welchen Fachvokabeln ich arbeiten muss? Oder schreibe ich einfach nur Definitionen und Inhalte ab? Denn je nach Fachgebiet gibt es gewisse Konventionen, welcher Begriff welche Bedeutung besitzt und damit auch nur in bestimmten Kontexten verwendet werden sollte. Damit es dabei nicht zu Missverständnissen kommt, sollten zentrale Begriffe in deiner Hausarbeit immer nochmal korrekt definiert und dann auch einheitlich verwendet werden. Manchmal zeigt sich das aber auch schon an der Verwendung des falschen Plurals. Ein Beispiel aus der Linguistik. Wenn ich in einer Arbeit nicht nur mit einem Korpus arbeite, dann habe ich es mit Corpora zu tun und nicht, wie man in vielen Arbeiten leider liest, mit Korpussen. Ähnliches kann man auch bei der Verwendung von falschen Nominalisierungen beobachten. Alexander Lasch hat mal die Erklärung dafür am Beispiel des Begriffes Digitalität und Digitalisierung vorgenommen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Diese Begriffsverwendung liegt schlussendlich auch den beiden Nominalisierungen zugrunde, wobei man beachten muss, dass Nomen auf Ung stets einen Prozess oder Vorgang andeuten. Also wenn man von Digitalisierung spricht, dann einen Prozess, der zu Digitalität führt. Also, halten wir fest. Kenne deine Fachtermini, die du in deinen Hausarbeiten verwenden willst. Gut, das war Fehler 3. Kommen wir abschließend zu Fehler Nummer 4. Unpassende Argumentation. Ehrlich gesagt, vermutlich kann man die nun folgenden Beispiele zum Teil auch den vorangegangenen Fehlern zuordnen. Aber mir geht es jetzt hier in diesem Fehler ganz konkret darum, dass Teile eines Satzes in einem uneindeutigen Zusammenhang gebracht werden und dadurch der eigentliche Inhalt des Satzes nicht mehr korrekt ist oder komplett belanglos wird. Und darunter leidet dann auch die gesamte Argumentation deiner Hausarbeit. Auch hierfür habe ich ein Originalbeispiel, beziehungsweise mehrere davon aus diversen Hausarbeiten. Beispiel 1. Gegenstand X ist vielfältig und dementsprechend zu wenig erforscht. Ähm, ja. Also, dass etwas vielfältig ist, sagt ja noch nicht automatisch, dass etwas deshalb nicht gut erforscht ist. Also, das ist ein Schluss, den ich so einfach nicht direkt ziehen kann. Und deshalb funktioniert das nicht. Beispiel Nummer 2. Nachdem im ersten Kapitel dieser Arbeit die Vergangenheit und die Gegenwartsituation der Printverlage beschrieben wird, findet im letzten Kapitel eine Untersuchung zur Zukunft des professionellen Zeitungsjournalismus statt. Zunächst das Mal finden wir hier, das habt ihr sicherlich auch schon erkannt, Fehler 1. Mal wieder. Hier wurde ein falscher Singular genutzt. Wir brauchen ein Plural. Aus dem Wörter wird ein werden. Und dann passt das auch. Und nun zum eigentlichen Fehler. Das ist ein bisschen tricky. Aber wenn wir uns den Satz jetzt nochmal inhaltlich genau anschauen. Es soll also eine Untersuchung zur Zukunft des professionellen Zeitungsjournalismus stattfinden. Und da sind wir auch schon am entscheidenden Punkt. Diese Untersuchung wurde jedoch in den vorangegangenen Kapiteln gemacht, indem wir uns die Vergangenheit und die Gegenwart angeschaut haben. Wir können uns aber nicht die Zukunft anschauen, weil dafür haben wir noch gar keine Information. Was man machen könnte, wären Thesen zur Zukunft des Zeitungsjournalismus aufzustellen und die dann näher zu erläutern. Aber wir können keine Untersuchungen zur Zukunft durchführen, weil dafür haben wir gar keine Daten. Ich kann die Zukunft nicht untersuchen. Ich kann mir nur die Gegenwart oder das, was schon passiert ist, in der Vergangenheit näher anschauen. Und deshalb ist der Satz leider in seiner Formulierung auch nicht ganz optimal. So, das waren jetzt vier Fehler. Nun bist du vermutlich ein bisschen demotiviert und denkst dir, wie soll ich denn das jetzt in meinen Hausarbeiten irgendwie beachten, damit ich diese Fehler nicht machen kann. Ja, und das ist auch nicht so einfach. Auch mir passieren diese Fehler ständig. Und auch ich habe ja euch ein Beispiel aus einer meiner Hausarbeiten gezeigt, welches ich auch unglaublich schnell gefunden habe. Also sicherlich finden sich diese stilistischen Fehler auch in meinen Hausarbeiten. Aber ich kann ja mir ein gewisses Bewusstsein schaffen, damit ich diese Fehler bewusster erkenne oder vielleicht auch schon, wenn ich sie schreibe, in der Formulierung bemerke und denke, ah, hier sollte ich vielleicht nochmal ansetzen. Ein zweiter Tipp, den ich dir geben kann, zeig deine Hausarbeiten auch immer deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Denn die finden sicherlich auch nochmal ein, zwei Fehler und schauen nochmal mit einem ganz anderen Blick und einer anderen Perspektive auf deine Texte, als du es selber tust. Auch umgekehrt kann es für dich unglaublich hilfreich sein, wenn du Texte von anderen liest und da dann selber Fehler findest. Denn da wirst auch du wesentlich aufmerksamer, dahingehend, wie solche Fehler aussehen können und wo ich die finde und wie ich sie dann dementsprechend beheben kann. Zum Abschluss noch ein abschließendes Fazit. Ja gut, du hast es selber schon verstanden. So sollte man es nicht formulieren. Da wären wir wieder bei einem der Fehler, die wir vorhin gesprochen haben. Also noch ein abschließendes Zitat von Simon Mayer-Vierecker. Wichtiger als das Befolgen von Stilvorschriften ist der distanzierte, kritische Blick auf die eigenen Formulierungen. Man sollte stets das Geschriebene auf Präzision und Verständlichkeit, aber auch auf eine dem wissenschaftlichen Stil angemessene Ausdrucksweise hin überprüfen. Und ich finde, der Satz sagt das ganz gut, fasst das ganz gut zusammen. Und damit sind wir auch am Ende für das heutige Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast ein bisschen was gelernt. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao.